Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute nochmal ein zweites Kochvideo. Ein kleines, ein Special nochmal hinterher. Und zwar machen wir heute Gung Ten. Das ist dieser Garnelensalat mit lebenden Garnelen. Was alles an Gemüse da reinkommt, ist gar nicht mal so gut wichtig, weil in Deutschland kann ja sehr keiner nachkochen. Wo kriegst du in Deutschland lebende Garnelen her? Gar nicht. Chopping, super mal. Höchstens noch im Zooabteilung. Ja, dass du da beim Aquarium mal guckst. Aber es sind teuer. Na gut, auf jeden Fall. Hier sind sie lebend und werden auch dann lebend verspeist. Und was kommt da rein? Chili und Zwiebel, Kräuter, egal was. Nochmal als Special hinterher. Mach auch bestimmt nicht jedem schmecken, aber ist auch wieder speziell was für den Papa und für die Familie hier. Vor allen Dingen, die schlummern sowas ganz gerne weg. Deutsche, ich denke nicht, dass so viele Deutsche das gerne mögen. Es gibt sicherlich einige, die das ganz gerne mögen da. Das weiß ich schon. Hat mir nämlich auch einer Abonnenten mal drauf hingewiesen. Mach doch mal Gung Ten. Aber ich sollte auch selber essen. Aber da muss ich leider sagen, machen schon, aber essen nicht. Also, viel Spaß. So, guck mal, da sind sie. Die sind noch ganz frisch. Das sind ganz kleine Krabben, was heißt klein. Ja, guck mal hier so mit den Fingern, guck mal hier so mit den Fingern. Gung heißen die hier. Gung. Aus dem Süßwasserteig. Aus dem Nampung, aus dem Nampung sind die sogar. Ja. Ja, gut. Okay, jetzt was machen wir hier? Wir machen hier Gemüse. das habe ich ja schon gesagt so was ist das hier wieder für jetzt gemüse sprich diese 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 bärlauch die springer gehen raus guck mal die springen raus die kleinen racke hier ja ist so früh ist das frühstück jetzt für papa mein gott na komm mal die chili rein hier so also alles schön leben in den topf rein hier so dann kommt noch mal chili rein was war das stickreis die kleinen rackeler die mögen das nicht so gerne durch fischdose na sicher alles hier alles hier ok 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 das sieht doch toll aus doch mit haare Schmeckt? Schmeckt gut. Schmeckt gut. Komm her. Nein, 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 nein. Das ist ja noch hier. Am Leben. Ja. Das springt immer noch raus. Guck mal hier. Das muss man aber schnell essen. Ja, richtig. Wie ist das hier eigentlich vom Getierschutzgesetz? Was ist damit? Vergessen heute. Ah, vergessen heute. Okay, das fällt heute aus. Okay, gut, ja. Das fällt heute aus. Das kommt noch ein bisschen irgendwas. Tischsoße auch noch rein hier. Also bei diesem Gericht musst du schnell essen, schnell sein. Und springt dir das Essen noch weg. Das springt dir vom Teller. Ich werd begloppt. Ich werd begloppt. Ja, jetzt aber schnell, schnell du hohohohohoho. So, das ist jetzt Frühstück. Frühstück? Der muss schnell essen du eigentlich. Zack, Zack. Da springt wieder princez, die hüpfen alle raus. Ja, Kinder, sowas gibt es in Thailand als Frühstück. Das soll wohl sehr gut schmecken, sagen Sie. Ja, ich habe gerade ja schon gefrühstückt, ich bin schon satt. Ich bin schon satt vom Zugucken. Ui, Corona. Ja, ihr seid nur wieder arm, geht es einfangen, geht doch mal hier. Stopp anfangen, Leute, das jetzt kommt, dann du sobalambala. Hier, 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 Junina. So, Platzwechsel. Platzwechsel. Lee. Lee. Aloy. Oh, oh, oh. Aber jetzt Kinkau. Mmh, Aloy. Leo, Leo. Oh, Kinkau, Leo, Leo. Die hüpfen so aus dem Teller rauschen. Ja. Was gibt es noch dabei? Zwiebeln noch dabei? Aloy, mag, mag. Ja. Mmh. visitat. Schuhl. 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 Papa kommt auch noch. Ja, hier, hier. Papa freut sich schon, oh, hier. Oh, hier. Oh, oh. Oh, oh, wie rutsch. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Das sag ich doch. In Deutschland weiß ich nicht, ob man die da kriegt. Keine Ahnung. Hat man die da? Ja genau, sind schon dort. So lebende wirst du wohl schwer finden. Oder auf einen Fischmarkt? Im Dena? Ach ja, in der Aquariumabteilung. Ja, 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 da hast du die auch dann da. Genau. Und, hat es geschmeckt? Ja. Ein lustiges Essen. Man muss schnell essen, weil sonst hüpfte das Essen noch vom Tisch runter. Ja, war nur mal ein kleiner Gag heute. Aber die Thais mögen sowas. Gut, das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe aus Thailand. Und Tschüssle. 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 Ella auch. Tschüssle. Haha.